Auf was freut sie sich am meisten? Auf das Haus zu schlafen. Wusstet ihr recht, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird ein Server-Rome. Alles Gute zur Pensionierung! Wow! Eine Kreuzfahrt. Ja. Das ist super! Guten Morgen. Alles. Aber jetzt machen wir 50-50 im Haushalt. Man könnte doch eine Putzfrau anstellen. Jetzt musst du mithelfen. Sag mal, Heinz, komm doch mit auf unsere Kreuzfahrt. Ich habe gerade mal geschafft. Auf dieser Reise könnten wir uns wieder ein bisschen näher kommen. Das ist ein bisschen schlecht. Wir sind doch nahe. Die ganze Zeit sind wir nahe. Peter? Du redest ja mehr mit Heinz als mit mir. Du bleibst ja noch. Ich bin erst 65, ich bin noch nicht 90. Gute Nacht. Kriegst du mich nicht mehr sexy? Andere paar Schmuse und reden nach 40 Jahren sicher auch nicht mehr so viel. Weißt du alles? You have to turn the ship. Immediately. I do not go down. I do not go down. Ich will noch nicht mehr von ihm. Ich mach' noch sofort nach dir der Pfiff in Sanse. Ein solches Drama in meinem Alter. So ist das in der Liebe. Alt werden ist halt nix für Feigling. Du willst doch am Zweier. So? Wir sind 42 Jahre verhört. Das gehst du doch jetzt nicht einfach hoch. Was machen wir jetzt? Und überhaupt, seit die pensioniert sind, sind die irgendwie so gaga. Jetzt reissen die da ja einfach zusammen. Der weiß nicht mehr Und ich bin sicherer.